Jenny. Hallo Eva. Eine Frage, die alle bewegt, warum bist du so blond? Ja, ich geb viel Geld beim Friseur aus. Blond and Stupid. Ihr erster Song. Natürlich ironisch gemeint, weil ich in der Presse halt immer so als Blondchen betitelt worden bin. Ist ja nicht gerade ein Wunder, jetzt mal ehrlich gesagt. Aber du willst natürlich in eine ganz andere Richtung. Du willst nicht blond and stupid sein und diesem Vorurteil eigentlich nicht nachkommen, sondern du hast ganz andere Pläne. Du bist gerade dabei, in einem Film mitzuspielen, nicht ganz unwichtiger Regisseur, nicht ganz unwichtige Rolle. Erzähl mal. Ja, ich drehe gerade in Berlin einen Film mit Detlef Buck, also Detlef Buck führt Regie. Und unter anderem spielt auch Til Schweiger mit. Und ja, ich spiele eine sehr schöne Rolle, also eine kasselwitzige Rolle. Also nicht so dieses Blondchen-Klischee.